Ja, hallo, ich stehe hier vor der Grotte des Friedens im Schwarzwald. Oh, da kommt ja jemand zum Tor rein. Oh, Frauke, was machst denn du da? Ich wollte dir bei TikTok eine Rose geben und das ging nicht. Jetzt bringe ich die persönlich vorbei. Ja, du kommst von Norddeutschland hierher mit einer Rose. Aber Frauke, schau mal, die ist schon etwas aufgeblüht jetzt. Vielen, vielen Dank. Aber Frauke, in TikTok musst du die Rosen kaufen, symbolisch. Aber in meinen TikTok ging das nicht. Und dann mir senden. Aber Frauke, ich hoffe, es kommen jetzt nicht alle mit einer Rose hier an die Grotte des Friedens, aber ich würde mich trotzdem riesig, riesig freuen. Aber Frauke, weißt du was? Ich zeige dir, wie das geht. Wir üben das. Wir üben das, Frauke. Mensch, toll, dass du von Norddeutschland hier in den Schwarzwald mit einer Rose für mich in TikTok fielst. Vielen, vielen Dank, Frauke. Frauke, sie sollen sich alle mal ein Bild von dir nehmen.